ich muss noch mal eben hier die Hörte den Eingang zu Höhle versperren weil wieder ein Schleim zu mir will ich komme hier nicht hoch ah doch ja du bist es ah so ein Scheiß-Skelett sammelt sich natürlich auch hier wie die Erde leuchtet die wir nicht haben ich probier's mal so einen Pilz so auf in unseren Hunde cool ich kann ich kann hier diese ich hab Samen für diese komischen Pilze für die Riesenpilze? können wir die auch oben pflanzen? ich glaub nicht nein wir brauchen irgendwie das blaue aber keine Ahnung wie ich hab glaube ich das blaue mitgenommen heißt wir könnten uns ne Basis hier unten einrichten oder? theoretisch wo wir denn diese Pilze und auch unseren Spawnpunkt da hinsetzen das können wir theoretisch wirklich mal machen na dann würde ich sagen errichten wir hier so ne Art Achtung Dani hinter dir hier noch nicht wow es stockt irgendwas macht mein Rechner grad aber ich weiß nicht was Antibier? ja stimmt das könnte sein oh mein Gott es ist ungemütlich oh ne die sind zu fett die kommen nicht durch jetzt kommen sie durch oh oh ihr habt da unten gleich ein Problem oh ne die wollen hoch zu gehen oh die wollen hoch oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott Theo komm hoch ich benutze meinen Wumarang oh anders flieg ich wieder durch die Gegend du bist gestorben übrigens danke für den Hinweis Gern geschehen ich find's cool dass ich dass ich nach unten dann durch die Plattform und durch meinen Wumarang schießen kann warum ich musste nochmal eben so ne kleine kleines Zwischenstück errichten dass nicht irgendein Schleim hier wieder reinspringen die Jungfrau 50 lebt je das ist die Schreiberfarben gegen die also zufällig irgendwie in den Haken oder so ich will mal auch mit den Rapplinghook ich hab im Moment keinen Haken mehr glaub ich zumindest Klinge ich kann gleich mal nachschauen oh wie viele Schleim hier kommt wie sieht das Ding aus die in Haken äh nö dann hab ich nicht was wirklich aussieht wow ey schau mal hier oben was dir für Geld rumlägt hier liegt einer rum den kann ich gleich aufheben ich probier mal ob ich oben die äh Pilze fahr hier sehen kann na mach das hier liegt echt ein Haken rum warte ich heb den mal auf mein theoretisch mein ne ich hab keinen Platz im Momentar das halt nö ich kanns oben nicht Madblock ich hab einen Haken jetzt da verdammt kack Schleim ich muss mir hier abdichten ey das gibt's ja wohl nicht haut mich so ein hässlicher Schleim um egal ich kann dir jetzt einen Hook geben Danny Tom hilf mir sie werden mich töten lol ihr seid 2000 ich bin ganz oben wo ganz oben ja ganz unten meine ich ach du bist wieder unten willst du dir kein Rappling-Hook machen doch ich sterb aber eh gleich ja perfekt gold pickaxe jäh du kriegst deine silberne jäh und ich ich krieg den nächsten goldenen dann ne ähm wie kann ich einem anderen Spieler was geben ich will aus dem Inventar werfen ganzen Dreckblöcke kann ich wegwerfen hier da sind auch auf das was mit gegeben ein Pilz uhr und was habe ich sonst noch ich kann noch ein goldener Ende des Eisen aber ich habe einen tollen Bumerang holst du ja wie denn wenn du hier immer tiefer baust und soja nach Bord wieder hin ja die goldene Spitzhacke ist sehr schnell ich komme hinuntergefallen zu euch ich habe vergessen mich zu heilen ich depp okay das war wohl doch nur eine Täuschung was war eine Täuschung ja man soll nur so von der Seite dass der Eisen ist und dabei waren das nur vier Blöcke das aus als ob da so ganzes das war knapp gerade mit dem Festhalten ich habe eine Warte ich droppschne die Silberne da hast du ein endlich endlich sehr schön machst du das ich weiß ich mach alles sehr schön wir müssen mehr Pilze hünden lass mich umsingen äh lass das doch offen das Wasser muss abschließen oh ne Vase wo Vase da Vase links war ne Vase auch ein Luftloch Luftloch ach ja stimmt äh war ne Fackel ins Luftloch gelegt jemand hat mein Geld eigentlich aufgehoben was für ein Geld? im Runterfall müsste das irgendwo rumgelegen sein nö irgendwie wird das Loch nicht größer wieviel Geld habt ihr? sagt mal wieviel Geld ihr so habt ich habe 32 Silber, 71, Kupfer und 1 Gold du Klee, äh nicht Klee mit Dani? ja 1,30 Silber hm dann sind wir nur alle nicht wirklich reich nene äh können wir hier irgendwie wieder hoch? ja was sind so viele Höhle was sind so viele Höhle von hier her irgendwie ein Weg zu einer neuen Höhle gefunden oh gut, du hast das Wasser abfließen lassen liegt so neun Höhle, das ist nice was? ich werde sterben wenn ich nicht das Wasser fließt aber sehr langsam abfällt mir grad auf ja, jetzt geht's jetzt schneller ja, wie ich das Loch so gemacht hab sonst wäre noch das ganze linke Wasser mit abgeflossen oh oh ich spinne ich spinne net oh cool, hier ist Topaz cool, das ist Kohle aber wir brauchen definitiv nen Mienenhelm, ey ja, mindestens einer ja guck mal hier Inhalt von Vasen her ich hab eine Höhle gefunden ich auch, nur leider hat Clemi sie geflutet Clemi? hm? nicht Höhlen fluten oh gut hier drin gibts wohl nix gutes doch Silber, da oben rechts doch Eisen ja stimmt Silber hooo merg hooo da müssen wir so viel Gold nehmen. Silberwaffen für alle. Ich glaube mal, es gibt einfach nicht so reiche Goldvorkommen in dem Spiel. Hier unten ist noch ein Riesbäck. Normalerweise ist es schon, aber wir finden irgendwie einfach nichts. Dafür haben wir halt umso mehr hier Diamanten und so. Boah, hier ist echt eine ordentliche Ader. Hammerfiel! Zubzub, 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 zubzub Copper Air. Und mit "...quer weniger Ortenland". Clembie, was machst du? Weitergraben. Äh, wir müssen zurück. Koppaggsskup montieren. Was hat sie auch gebaut? Ich bin dabei! Gibt er? Gibt er? Ja, ist das Silber Ich werf mal grad ein paar Steine weg Und Dreck Solange du nicht mit Dynamit um dich wirfst Ah, keine Angst Ich glaub ich sowieso keinen mehr Ja, das sollten wir dir auch nicht mehr Ach, den Druck wollte ich dir noch geben, komm mal zurück Was? Ja, ich brauch hier grad ne Brücke, glaub ich Ja Ja, den ganzen Dreck, den er automatisch einsammelt Woodwall braucht man nicht Dann haben wir hier drei wooden arrows Brauch man nicht Ähm, stoneblock Brauch man nicht Wurz, vielleicht war das nicht so klug Dirt brauch man nicht, sand brauch man nicht Copper pickaxe brauchen wir auch nicht Also scheiß kann ich ja wegschmeißen Ich komme Die ganzen Dirtblocks kann ich mit einem Klick wegmachen. Oh, fuck. Du hast ein Problem da unten. Ja, hab ich. Hatte ich. Was war das gerade, was ich da gefunden habe? Vielleicht solltest du irgendwie an die Luft oder so. Ja, allerdings. Nein. Äh. Oh, cool, also. Nein. Wieso kann man Fackeln nicht unter Wasser placen, aber halten? Ja, das stimmt. Das ist unlogisch, dass man sich unter Wasser halten kann. Aber es trägt zum Spiel was bei, von daher. Äh, hier unten geht's noch in Höhle und so. Ja, die kann man ja fluten. Ja, müssen wir auch. Äh, denk an die Luft. Tue ich. Wow, wird er gerade eine Bombe geschmissen. Nicht. Apropos, wir hatten schon lang kein Dynamit mehr, oder? Ja, stimmt, aber wir haben auch kein Geld. Und wir sollten vielleicht mehr auf den Miedenhelm sparen. Jo. Ich hab uns mal ein Luftloch hier unten gemacht. Oh. Da links müssen wir das Luftloch wieder zerstören. Okay, glaub du. Oder so. Komm, hier lang. Oh mei, wir müssen mal oben das Eisen hier noch abbauen. Ja. So viel können wir da nicht liegen lassen. Ich weiß, wenn wir uns einfach hier ne Brücke bauen. Mach du das einfach mal mit dem Eisen. Ich hab meine Healing-Pauschen bekommen, was zur Hölle. Hat das schon mal eine? Nö. Soll ich dir vielleicht erklären, wie man das benutzt? Das ist übelst die riesige. Einfach benutzen? Ja. Tolle Erklärung. Ich weiß ja nicht, vielleicht, äh. Ja. Vielleicht denke ich, ich muss, äh. Ich muss irgendwas anderes machen, als benutzen, wenn ich's benutzen will. Genau. Ähm, geh mal runter. Das Wasser. Ach, du lebst noch, also einfach mal hinterher. Wow, 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 wow. Hahaha. Ja, lustig. Hey, kann man ja vor euch mal irgendwann mal ein paar neue Falle gehen? Ja, lustig. Wie denn? Das ist einfach nicht drauf. Hast du mir schon den Haken gegeben? Nee. Gut. Sonst könnte ich mir jetzt einen machen. Du bist immer weggerannt, wenn ich ihn dir geben wollte. Ich hab dran gelacht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Stell dir vor. Das ist übrigens Silber. Hurra. Ja, damit. So, ich hab jetzt zwei Iron Chains. Ich verkaufe mal die Top-Parts, vielleicht gucken, vielleicht bringen die etwas. So viel Gold bringen die leider nicht. Ah, 60 Silber, ja. Für sechs Stück. Es ist ja... ... Es ist ja...